Liebes Brautpaar Daniela und Armin, liebe Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde, Verwandte, Trauzeugen, heute ist für euch der große Tag eures Lebens. Den Wunsch, den wir im Evangelium verkündet haben, der möge für das ganze Leben für euch gelten. Geht mit Freude diesen Weg an und bleibt frohe Menschen. Liebes Brautpaar, wir wünschen euch für eure Zukunft alles, alles Gute. Möge die griechische Parze möglichst lange den Spinnfaden in den Händen halten. Das heißt, je länger dieser Spinnfaden in ihren Händen bleibt, desto länger wird euer Glück und euer Leben dauern. Alles Gute nochmal und Dankeschön. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergeben auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Ich glaube, lieber Armin, Sie haben in der Daniela eine sehr liebevolle Frau. Aber auch eine etwas Ehrgeizige, mit einer starken Persönlichkeit. Aber das finde ich gut und auch die Daniela sagt, sie sind ja auch ein zielstrebiger Mann. Das heißt, wir sehen uns jetzt an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich frage auch Sie, sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrem Bräutigam Armin den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Wollen Sie Ihren Mann lieben und achten und ehren und ihm die Treue halten alle Tage Ihres Lebens? Ja. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.